Es hat mich doch erwischt und irgendwie nicht bloß eine Männerkrippe, also ein eingebildeter, besonders schwerer Verlauf, keine Ahnung, es war wirklich hart. Also die Zeit habe ich nicht mehr, wie gesagt, ich wäre jetzt 53 und ich muss zusehen, was ich mit der Zeit, die mir bleibt, noch Sinnvolles anstellen kann. Im Großen und Ganzen war es aber schon auch sehr, sehr, sehr frustrierend auf YouTube und Twitch unterwegs zu sein, Instagram sowieso. Also hallo und herzlich willkommen, der Matze mal wieder mit einer Facecam am Start will mal ein bisschen erzählen, was er so macht, wie es ihm geht. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch, der sich eventuell schon gefragt hat, was ist los mit dem Kerl? Ja, wie geht es mir? Jetzt wieder gut, letzte Woche war ich komplett ausgenockt. Mich hat eine Grippe oder eine Erkältung, ich weiß es immer nicht so, man unterscheidet ja zwischen bakteriellen Zeugs und krippalen Infekt, wahrscheinlich durch Viren verursacht. Wie gesagt, jedenfalls lag ich vier Tage komplett plach und insgesamt erstreckte es sich so über sieben Tage. Ich habe jetzt noch ein bisschen so leicht verstopfte Nase, geht aber wieder. Frauchen fing an, das Zeug in die Bude zu schleppen und ihr ging es auch gar nicht so schlecht und ein bisschen Schnupfen gehabt. Ansonsten nichts, ist fröhlich zur Arbeit marschiert und hat ihr Ding gemacht, sozusagen, wie immer. Und ich hatte nichts, ja, sie hatte es schon ein paar Tage und ich dachte mir, ey geil, ja, Matze kommt davon, scheiße war es. Es hat mich doch erwischt und irgendwie nicht bloß eine Männergrippe, also ein eingebildeter, besonders schwerer Verlauf, keine Ahnung, es war wirklich hart. Also, ich habe ja versucht, dagegen anzukämpfen, aber das ist, machst du nichts irgendwie. Mir tat das ganze Gesicht weh, also Ohrenschmerzen, die Zähne taten weh, ja, so hier im ganzen Gesichtsbereich, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen im unteren Rücken, die Knöchel, die Knie, alles tat weh. So was bildest du dir nicht ein, bloß damit du irgendwie, wahrscheinlich, hat es eh keinen gejuckt, meine Frau, äh, ja, nun, bist halt krank, was soll ich machen? Muss mich auch gerne bemuttern, ich bemutere mich dann selbst und so, haben wir Teechen gekocht. Apropos Teechen, jetzt kann ich endlich mal wieder Kaffee genießen, Prost. Ja, ansonsten, was gibt es sonst so? Ähm, YouTube ist weniger geworden, streamen gar nicht mehr, ihr seht es auch, der Greenscreen im Hintergrund, was flackertst du denn immer so, so unscharf? Ähm, der Greenscreen ist weg, ähm, muss jetzt nicht heißen, dass ich nicht wieder streamen werde oder könnte, momentan kein Pock irgendwie. Und auch YouTube, bin da ein bisschen, hab ein bisschen die Schnauze voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Grund, es bahnte sich schon Anfang letzten Jahres an, so ungefähr um die Jahreszeit, wie es jetzt ist, vielleicht, ja, ich glaube im April, April, Mai war es. Anfang letzten Jahres war ich kurz vor der 1400, Abonnenten mäßig. Und im April bis Mitte Mai, also nicht, es waren knapp sechs Wochen, hab ich über 60 Abonnenten verloren. Keine Ahnung warum. War mir ein völliges Rätsel auf einen Schlag, so viel weg. Hat er dann irgendwas gelesen, dass Google wohl inaktive Konten jetzt löschen wird. Laut mein MMO wohl, so wollten sie wohl erst ab 1.12.2023 damit beginnen. Keine Ahnung, bei mir war es gefühlt schon fast ein Jahr vorher sozusagen. Und das zog sich, das ganze Elend zog sich ja auch schon in das Jahr 2022 hin und so. Da fing das auch schon an, wo ich das so beobachtet habe. Ja, was habe ich beobachtet? Und zwar, dass du, das ist immer so ein Hickhack, ja, so ein hoch und runter. Du kriegst einen Abonnenten, verlierst zwei. Kriegst wieder zwei, verlierst einen. Kriegst wieder einen, kriegst wieder einen, verlierst wieder einen. Kriegst wieder einen, kriegst zwei, verlierst vier. Immer so hin und her. Und das war nämlich auch so, dass es, wie gesagt, die 60 Abonnenten weg waren. Da war ich wieder bei knapp 1.340, also ein bisschen unter 1.340. Hab dann bis Ende Juli gebraucht, um wieder auf die 1.350 zu kommen. Und dann ging das Elend richtig los. Um auf die 1.360 zu kommen, habe ich bis zum Jahresanfang 2024 gebraucht. Ständig dieses, ein Abonnent kommt, zwei gehen, einer kommt, einer geht, zwei kommen, einer kommt, zwei gehen, einer kommt, einer geht. Dieses hoch und runter, dieses aufgeschaukelt. Ständig, permanent, über ein halbes Jahr, bis ich mal endlich von der 1.350 auf die 1.360 gekommen bin. Hey, da habe ich keinen Bock mehr drauf auf so einen Scheiß. Was soll das, YouTube? Das ist völlig dumm. Und das hat auch nichts mit, kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie inaktive Konten waren oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was das sein soll. Jedenfalls mein zweites Account, also mein zweites Konto bei YouTube hat 64 Abonnenten. Und die hat das schon seit, ja jetzt fast einem Jahr. Und ich habe auch, ich muss jetzt lügen, ich war schon jetzt eine Weile nicht mehr auf dem Zweitkonto drauf. Ich glaube, mein letzter Upload ist da auch schon zwei, drei Monate her. Ja, und davor waren es auch schon zwei, drei Monate. Also viel Aktivität ist auf dem Konto da nicht. Und, aber da verschwindet keiner. Da ist nicht hoch und runter, hoch und runter. Irgendwie hat YouTube da eine Macke und sagt sich, ey, die 2.000 kriegst du nicht. So und, ähm, diese ganze Sache habe ich mal über den Daumen gepeilt sozusagen. Habe ich dort knapp über, ja, 300 Abos verloren sozusagen. Aber nicht bekommen. Keine Ahnung, wie man sagen will. Die waren da, waren weg und so. Keine Ahnung. Also 300, das ist schon eine Hausnummer. Und, wenn man es aufs Jahr 2022, äh, ja doch, 2022 hochrechnet, ähm, war es nicht ganz so schlimm, schätze ich auch. Aber auch mal so, dass es 150 bis 200 Abos gewesen wären, wenn ich sie bekommen hätte. Ähm, keine Ahnung. Aber egal. So, und dann war Matze ein bisschen frustriert und sagt sich, wozu die ganze Scheiße, bringt ja alles nichts. Und hat das jetzt ein bisschen so eingeschränkt. Und ganz aufgeben werde ich es wohl nicht. Ich weiß es nicht. Also, es ist ja auch ein liebgewonnenes Hobby und es macht ja auch Spaß, Videos zu schneiden. Ähm, die Zockerei, kommen wir gleich dazu, ähm, ist jetzt auch ein bisschen so in den Hintergrund getreten. Ich zocke schon noch, ja, ab und zu. Hat jetzt aber nicht mehr den primären Stellenwert, den es vorher hatte. Also, früh kiste an, zocken, 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 bis der Arzt kommt. Ist jetzt alles ein bisschen in den Hintergrund getreten und mehr so ein Hobby. Und deswegen ist YouTube auch jetzt für mich mehr als ein Hobby, äh, Quatsch, nur ein Hobby und nicht mehr als ein Hobby, was es eigentlich mal werden sollte. Aber, ja, da sind wir jetzt bei dem Thema. Ähm, ich werde in zwei Monaten, oder in gut zwei Monaten, 53 Jahre alt. Wehe, einer kommt auf die Idee und sagt, 53 Jahre jung, Alter. Da raste ich aus. Da wäre sich so eine Scheiße ausgedrückt. Oh, eine rüstige Rentnerin. Sie wird 92 Jahre jung. Der hat nun sämtliche Krätenweh. Ich kann kaum noch kriechen. Aber hey, sie wird 92 Jahre jung. Der kommt auf so eine Scheiße. Okay, aber ich schweife ab. Gut, was macht der Matze jetzt so? Ja, der Matze, ähm, hat ja viele Hobbys. Und auch Hobby zum Beruf gemacht, also Programmierer. Seit 30 Jahren, hab das in den letzten vier Jahren sträflich vernachlässigt. Hatte auch einen Job, wo ich nicht programmieren musste. Das war SAP-Kram. Hat mir keinen Spaß gemacht. War ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Hab mir da ein bisschen mehr versprochen. Ich wollte, kannte das von früher, als ich mit dem Studium angefangen hatte, da hatte ich mal in der Landesbank in Leipzig gearbeitet. Und die hatten damals ja auch SAP. Und da haben wir gesagt, hey, geil. Könnte, das ist ein Ding, was mich noch so interessiert, was ich noch nie gemacht hatte. Kriegst du ja auch nicht so. Kannst dich auch einfach sagen, hey, wir kaufen heute mal SAP und knall das auf meinen Rechner und probier da ein bisschen rum damit. Ist ja nicht. Kriegst kaum Literatur. Also ich hab noch nie irgendwie ein großes Buch gesehen. oder gibt es überhaupt Bücher zu SAP oder sowas. Und ich glaube, die hatten damals programmiert oder die konntest du auch programmieren. Aber wenn ich mich nicht irre, straft mich jetzt Lügen sozusagen. Jedenfalls dachte ich, man kann da programmieren. Kann man wahrscheinlich auch irgendwas, keine Ahnung. Aber ich durfte es nicht. Ich durfte bloß so sogenannte Berichte fertig machen, Universen erstellen. Und war überhaupt nicht zufrieden damit. Das hat mich gelangmeilt durch vier. Naja, es ist... Ich muss Code klimpern. Ich brauche eine Kommandozeile, an der ich rumklimpern kann, wie unter Linux. Richtig geil. Also sowas braucht der Matze. Ja, jedenfalls geht es jetzt sozusagen back to the roots. Wieder ein bisschen programmieren. Hobbymäßig habe ich mich dazu entschlossen, so ein bisschen so Richtung Spieleentwicklung zu gehen. Aber nicht jetzt mit dem Ziel, irgendwann mal ein fertiges Spiel zu programmieren oder so, sondern mehr erst mal wieder was zu programmieren, zu haben sozusagen. Und zweitens auch so so ein bisschen so das technische Know-how zu kriegen. Mich interessiert, wie passiert sowas? Wie kann man es realisieren? Wie kann man Probleme lösen in einem Spiel, wie gerade jetzt aktuell die letzten naja, gute zwei Wochen waren es schon, wo ich mich mit Kollisionserkennung rumgeprügelt habe. Die haben zwar, ich benutze PyCame sozusagen, die haben zwar eine Collision Detection drin, aber die ist meiner Meinung nach für meinen für meine Vorstellung war das nicht so zufriedenstellend. und habe ich ein bisschen rumprobiert und gebastelt, gibt da noch mal ein paar Videos dazu, denke ich mal, was mich daran irgendwie ein bisschen so gestört hat. Das funktioniert alles wunderbar, wenn du mit auf Rechtecken basiertes Terrain hast oder dein Sprite ist ja auch ein Rechteck und die Kollision halt auf Basis von Rechtecken abziehst sozusagen, ist so wie es die Videos auf YouTube erklären, ist es nicht hundertprozentig zufriedenstellend, aber sie zeigen ja schon mal ungefähr wie es geht. Es gibt da noch ein paar Hürden, die es zu überwinden gilt. Aber das wird jetzt zu technisch, das wird dann irgendwann mal ein extra Video. Und ja, wie gesagt, hatte ich angefangen mit Unreal Engine rumzupasteln. Hat auch Spaß gemacht, ist aber so eine Sache, du bist halt sozusagen spezialisiert oder ja, doch spezialisiert auf die Unreal Engine und kannst auch programmieren, aber im Endeffekt war es für mich nicht so das, was ich wollte. Ich habe ohne zu programmieren dort ein bisschen was hingezimmert mit den Blueprints und so. Geht auch recht gut und recht schnell, muss man sagen. aber habe mich dann im Endeffekt dann doch für Pygame entschieden und macht Spaß, funktioniert auch recht gut. Ja, ansonsten hat der Matze ja sich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange jetzt schon vor drei Jahren ein Keyboard geholt. So, Sonemann meinte, er war bei einem Kumpel und der hatte, der kann Klavier spielen und so und Sonemann saß da immer mal so am Klavier und sein Kumpel hat ihm so ein bisschen was gezeigt, jetzt nicht notentechnisch, sondern hat gesagt, drück das, drück das und hat so seine Hände geführt, bis Sonemann halt ein bisschen spielen konnte und Sonemann dachte sich, ey geil, will ich auch haben. Also Papa ein Keyboard geholt, hingestellt für Sonemann, Sonemann kein Bock. Keyboard stand da, Sonemann saß in seinem Zimmer und zockt. So, was mache ich nun? Ja, da habe ich gedacht, okay, benutze ich es, okay, gesagt, getan, nicht gemacht, weil nur am Zocken, nur am Streamen und Videos schneiden und jetzt seit Februar sitze ich wirklich regelmäßig dran an dem Ding und bringe mir das selber bei, sozusagen. ich hatte ja damals, als ich, wie alt war ich, 14, mit 14 war ich zur Musikschule gegangen, habe Saxofonen gelernt, da war ich drei Jahre, also ich kann Noten lesen und ist jetzt natürlich so eine Sache, zweihändig, linke Hand, rechte Hand und so, aber es geht schon, es geht schon viel besser, also, es geht besser, als ich es mir dachte, wie es geht, ja, also man kommt rein, also ohne Scheiß, es ist alles machbar, sozusagen, kein Hexenwerk, ist alles nur Übungssache. So, das ist jedenfalls das Hobby. Was noch? Lesen, genau, Matzer will auch mal wieder mehr lesen, das habe ich in den letzten, ach man, seitdem wir hier eingezogen sind in das Haus, vor sieben Jahren, seit sieben Jahren schon nichts wirklich mehr gelesen, also buchtechnisch, sozusagen, das will ich jetzt wieder, oder das mache ich jetzt wieder mehr, ich habe auch festgestellt, dass meine Augen irgendwie schlechter geworden sind, ich hatte am Anfang Augen wie ein Luchs, konnte Verpackungszeug lesen, hier, das Zeug auf diesen Verpackungen, Augentropfen, für trockene Augen, das geht aber jetzt alles mittlerweile wieder, seitdem ich nicht mehr so viel zocke, jedenfalls konnte ich das Kleingedruckte da nicht mehr lesen, und auch nicht mehr so nah, wenn mir jemand was nah vor das Gesicht, es war alles nur eine verschwommene Masse, und so, und jetzt durch das Lesen sozusagen, wird das alles wieder besser, ich weigere mich auch weiterhin, irgendwie, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass ich irgendwie eine Brille brauche, oder sowas, brauche ich nicht, ich glaube, das ist alles, deine Augen sind ja auch so Muskeln, oder sowas, keine Ahnung, nicht die Augen selbst, sondern, der Sehner, oder sowas, den kannst du ja trainieren, und ich glaube, das funktioniert auch, als ich angefangen habe zu lesen, abends immer mal noch so, wenn ich ins Bett gegangen bin, so ein halbes Stündchen, Stündchen, musste ich das Buch auch weiter weghalten, und jetzt kann ich, habe ich es schon wieder so richtig auf gute Distanz so, und die Augen justieren sich, man merkt das richtig, es wird besser von Mal zu Mal, ja, so, also lesen, lesen, du da mal, was haben wir bis jetzt, programmieren, was haben wir noch, programmieren, Keyboard spielen, lesen, so, da, auch zeichnen, ist wieder so, ich meine, ich mache jetzt erst mal nur so 2D Spiele, so, an die ich mich rantaste, mehr so Pixelart technisch, und die Pixel malen, oder die Sprites malen sich auch nicht von selbst, der Hintergrund auch nicht, ich hatte am Anfang, als ich mit dem Unreal Engine Editor probiert habe, mir irgendwo ein fertiges, kleines Set runtergeladen, ist aber auch nur so zum Üben, sozusagen, es sind nicht viele Animationen drin, aber für den Anfang reicht das, um mal ein bisschen rumzutesten, und dann habe ich mich selbst versucht, als Zeichner und Künstler sozusagen tätig zu werden, geht auch recht gut, man muss sich halt mit der Sache beschäftigen, es ist wie mit dem Keyboard spielen, du musst dich mit der Sache beschäftigen, also es ist, von nichts kommt nichts, ja, und ich glaube schon, so ein gewisses Talent zu haben, aber auch das musst du fördern, oder fordern, sozusagen, das kannst du nicht, ich kann mich nicht, es gibt Leute, die können wahrscheinlich, setzen sich ans Klavier und spielen einfach, die haben ein richtiges Talent dafür, was weiß ich, Beethoven oder sowas, der konnte das wahrscheinlich schon, als er aus Mamas Bauch geschlüpft ist, hat er sich gleich ans Klavier gehauen, dafür kann er wahrscheinlich auch was anderes nicht, also ihr wisst, was ich meine, manche Leute haben besondere Stärken, die können das, die merken sich viele Sachen, haben ein fotografisches Gedächtnis, das habe ich alles nicht, aber ich denke mal, dass ich nicht ganz dumm und untalentiert bin, also mit, ich brauche Übung, so, das würde ich damit sagen, gut, so, binseln, was noch, ähm, ja, jetzt ist ja auch wieder Motorradsaison für mich bald, im, im April geht's los, dann darf ich wieder Motorrad fahren, weil an der vorletzten Spitzkehre bin ich aufs Maul gefallen, ach man Leute, scheiße, Matze ist in der Spitzkehre weggerutscht, ja, so, jetzt hier wieder ein paar Kratzer, ach komm, und der Bremshebel ist auch, hat auch irgendwie was abgekriegt, aber sonst, alles okay, hoffe ich, aktuell steht's noch in der Garage beim Kumpel, so, ca. 80, 70, 80 Kilometer weit, ich kann also noch nicht mal, ich konnte also noch nicht mal im Winter runtergehen in die Garage und gucken, was mein Baby macht, es war eine echt harte Zeit und ich hatte es mir ja im letzten Jahr geholt, im Mai, und bin dann bis Mitte Oktober gefahren, also ich bin glaube fünfeinhalb Monate Motorrad gefahren, habe in der Zeit knapp 11.000 Kilometer geschrubbt, und bin jetzt dann, wenn ich es wieder abhole, über fünf Monate nicht gefahren, sozusagen, also, jetzt geht's dann in die zweite Saison und ich freue mich schon, ich habe es Baby echt vermisst, gerade in die Anfangszeit, als es nicht mehr hier auf dem Hof stand, war schon echt hart, aber ich hatte halt das Gewissen, das gute Gewissen, dass sie gut untergebracht ist, sie stand in der Garage, beheizt sozusagen, Kumpel fährt ja selbst, ist ja selbst Biker, standen die zwei Babys nebeneinander, ja, das war's eigentlich soweit, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, wie gesagt, zocken tue ich auch noch ein bisschen mit Bleispender, wir zocken hauptsächlich Fortnite und ganz einfach aus dem Grund, du musst nicht viel Zeit investieren, du machst ein paar Runden, hast Spaß, also mir macht's richtig Spaß. was? Ja, gucke, wir haben keine Zeit, alter, wie schnell ist in die scheiß Zone? Boah, nein, du komm, mach doch, weil, du fliegst ja, du kannst ja in die Zone fliegen, ja, warte auf Neustadt, und musst jetzt nicht wie bei Tarkov wirklich Stunden um Stunden investieren, um dort vorwärts zu kommen, die Zeit habe ich nicht mehr, wie gesagt, ich wäre jetzt 53 und ich muss zusehen, was ich mit der Zeit, die mir bleibt, noch Sinnvolles anstellen kann, ja, so, das war's erstmal soweit von mir, habt ihr einen kleinen Überblick, ja, wie gesagt, die Videos, die ich bei YouTube jetzt noch hochlade, mache ich just for fun, also ich habe auch schon die letzten Videos, keine Ahnung, wann ich ja damit angefangen habe, dieses, diesen Abo-Hinweis und bitte liken und diesen ganzen Scheiß, habe ich alles rausgenommen, wer liked, hat dem gehört mein Herz, wer abonniert, den heirate ich, äh, versteht sich von selbst sozusagen, dass ich euch dann dankbar bin für Likes, Abos oder Kommentare, weiterhin, ich will aber explizit nicht mehr darauf hinweisen, weil ich es auch Quatsch finde, ähm, YouTube und die Social Medien gibt es jetzt ja nicht erst seit zwei Tagen, jeder weiß oder sollte mittlerweile wissen, was man macht, wenn einem der Content gefällt, den man sich anschaut, ähm, dass man liked oder wenn man mehr davon haben will, dass man den Kanal abonniert oder so, es ist, will ich jetzt auch keine, ich kam mir auch immer vor wie so ein Bitsteller, ja, das bin ich nicht, ich mag das nicht, es ist praktisch eine Sache, wie soll ich es erklären, ist ganz komisch, ich meine, ich war damals, so als ich 18 war, hatte ich eine Freundin, so, und, die hatte ja einen Vater, ist klar, und, der war immer so, oh, das meinte schon die Mutter immer, wenn er mal was gemacht hat, ja, so für mich irgendwie so, habe ich so Danke gesagt, klar, versteht sich von selbst, aber es war ihm irgendwie nicht genug, weißt du, er wollte immer so, so richtig, dass man so, seinen Dank richtig ausdrückt, so, so richtig umschreibt, oder sowas, du wißt was ich meine, er wollte, ein einfaches Dankeschön, hat ihm nicht gereicht, so, ja, und, und, die hatten auch, ich hatte ja damals viel Sport gemacht, Kampfsport, und die hatten halt so eine Scheune, so eine kleine, so einen Stall, und drüber war so ein Dachboden, da war Heu und Stroh und alles drauf, die, die Viehzeug hatten die schon lange nicht mehr, und, äh, das Zeug auf dem Dachboden, ähm, lag einfach nur rum, der Dachboden war verwildert, sagen wir es mal so, und der Matze hat sich die Arbeit gemacht, und hat eine Woche lang den Dachboden, entrümpelt, das Heu und Stroh, zusammengekehrt, rausgeschleppt, weggefahren, das Ding war hinterher, sauber, da konntest du davon, konntest du vom Fußboden essen, ja, und da habe ich mir halt so einen kleinen, so meinen Trainingsbereich eingerichtet, war völlig geisteskrank, so was da so eine Kampfsportsache anbelangte damals, das war ja auch so kurz nach der Wende, da gab es ja noch so die Kampfsportfilme, ähm, Van Damme, Bruce Lee und alles was, und ich war völlig im, im Rausch und so, und trainiert wie ein Bekloppter, auch nach dem Training, deswegen halt mein eigener Trainingsraum, aber das eigentliche Thema war, ich habe es gemacht, weil ich es machen wollte, und nicht um irgendwie ein Dank dafür, und er war dann auch so, oh, das hast du aber super gemacht, und danke, oh, geil, und wie das aussieht, und geil, und danke, und danke, das war mir zu viel, ja, also mir hätte, ich wäre jetzt auch ohne Dank gemacht, aber, im Endeffekt, hätte ein einfaches Danke, hätte mir auch gereicht, sozusagen, wisst ihr was ich meine, ich bin da nicht so, äh, wenn ich was mache, mache ich es gern, und wenn ich es nicht mehr machen möchte, höre ich halt damit auf, so einfach ist das Ding, ja, gut, genug gelabert jetzt, ähm, bleibt gesund, das ist das Wichtigste, habe ich, wie ich letzte Woche festgestellt habe, weil, beste Krankheit taugt nichts, und ja, vielleicht, sehen wir uns, auf alle Fälle, es wird immer wieder Content geben, ein bisschen hier und da, und so, jetzt nicht übermäßig, nicht jeden Tag, und schon auch nicht mehr, zwei Videos am Tag, oder so, ähm, bleibt dabei, oder nicht, es ist alles, euch überlassen, mir ist das alles, nicht mehr wichtig, so, ich meine, es war eine schöne Zeit, muss ich sagen, viele nette, Dudes kennengelernt, und auch, zusammengezockt, und so, ich glaube, wir hatten schon, auch richtig Spaß, gerade auch hier, mit dem, mit dem, mit dem, Ranch Simulator, wo wir zu viert gezockt haben, also, es war, fand ich richtig geil, und, mit der Community, und mit Klaus, und Benji, ähm, Tarkov-Zocken, war alles eine wunderbare, schöne Zeit, aber, diese Zeit, möchte ich nicht vermissen, bin froh, dass ich sie hatte, weiter, im Großen und Ganzen, war es aber schon, auch sehr, sehr, sehr frustrierend, auf YouTube, und Twitch, unterwegs zu sein, Instagram, sowieso, es ist, ein schweres, ein schweres Brot, was man sich dort verdienen muss, ähm, ist nicht einfach, manchmal fragst du dich auch, wenn du Leute so dort beobachtest, bei Twitch, warum, schauen dem jetzt, oder der jetzt, so viele Leute zu, aber, das ist halt, ein Thema, wo ich, gar keinen Gedanken mehr, verschwenden möchte, oder, will, es ist, es ist halt so, wie es ist, und, ich lebe damit jetzt, ganz gut, wie gesagt, das war bloß so Sachen, wo du wirklich schon, manchmal stellenweise, kurz vor der Depression standest, ohne Witz, also, du hast manchmal echt gedacht, was mache ich falsch, hast irgendwie, ständig versucht, das zu begreifen, dir zu erklären, und es führt einfach auf keinen grünen Zweig, es ist genau jetzt wie mit den Abos, die verschwinden halt, ja, mein Gott, YouTube, dann leck mich doch am Arsch, dann verschwinden halt die Scheißdinger, ja, was sie dafür aber gut können, YouTube, es ist, Werbung einblenden, Werbung, bis zur Besinnungslosigkeit, Werbung, die du nicht mal mehr wegklicken kannst, also richtig, also, manchmal, möchte ich das YouTube gar nicht mehr anschalten, weil es mir auf den Sack geht, so eine Mann hat einen Adblocker drin, ich war eigentlich immer dagegen, sozusagen, ich habe mir auch, immer wenn Werbung kam, bei den Leuten, die ich abonniert hatte, habe ich auch die Werbung, nicht bis zum Schluss durchlaufen lassen, aber wenigstens mal so, je nach Länge der Werbung, 30 Sekunden oder sowas, weil Kumpel Beutel meinte irgendwie, ja, wenigstens 30 Sekunden, dann zählt das für den YouTuber, mehr, als wenn du gleich nach den 5 Sekunden da wegklickst, habe ich alles gemacht, aber mittlerweile geht es mir auf den Sack, diese, diese Werbescheiße andauernd, du kannst ja kein Video mehr vernünftig gucken, ohne, eine Sinn, vor allen Dingen so sinn, entfremdete Werbung, also so dumme Werbung, die mir richtig hart auf den Sack geht, und du kannst sie nicht wegklicken, dann mache ich schon einen Ton aus, damit ich das dumme Gelaber, dann wenigstens nicht hören muss, naja, egal, Matze schwafelt schon wieder, bis, bis ihm zum Ohr rauskommt, ich wünsche euch was, wir sehen euch, wir sehen uns, wie gesagt, bleibt gesund, und ja, bis die Tage, Tschüss. bis zum Ohr rauskommt, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017